Hallo Community und willkommen zurück bei Grounded und ich habe hier wieder eine Marcel mit dabei. Wir sind in der Gruppe, Multiplay natürlich und ja, hallo Marcel! Hallöchen! Ja, sehr schön, dann wollen wir heute mal wieder die Bombardierkäfer entsprechend hoffentlich zerklatschen. Wo ist schon mein Haar wackelt? Bis, muss ich gucken, wo ist schon mein Haar wackelt. Na ja, ganz toll, oh ja. Ach, so mein Scheiß Haar. Sehr schön, sehr schön. So, auf dem Weg dorthin werde ich doch nochmal schnell einen Schluck trinken, wenn es geht. Ja, du nimmst dich im Berg hoch, ich lass dich links. Du meinst, es ist an der Dose, er ist auch gerade einen Tropfen runtergekommen. Ja, sehr gut. Mal gucken, ob es an der Dose ist oder hier unten. Nee, weil, nee, da ist nichts. Und da oben ist auch nichts. Nr. Da ist es. Hier oben oben auf das Blatt. Ah ja, richtig, genau. Genau. Komm zurück. Moment, 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 Moment. Bin ich hier am falschen Blatt? Ja, komm zurück, hier ist das. Ach so, warte mal, ich hatte doch, ich habe ja auch gar nichts zu essen dabei. Das ist ja vielleicht, na, ja, der Held vom Erdbeerfeld, äh, Junge, Junge. Ob ich einen Tropfen, wo, wo, wo. Hier, stehe ich vor. Wiss? Moment, jetzt muss ich dich erst wieder suchen. Hier. Du bist gut hier. Ach da, hier. Da ist er gelandet. Wird doch einer da. Sehr gut. Ja, dann verzichte ich jetzt erst mal auf Essen. Hast du was dabei? Zufällig? Hat eine Frage. Ja, am besten ausgerüstet hier. Gut. Für den Fall der Fälle, dass ich wenigstens noch schnell was essen kann. Okay, ja, Bommadierkäfer, dann sitzt, ja, dann mach mal dieses Mal die da hinten, ne? Hier, dafür müssen wir erst mal diese Spinde loswerden. Okay. Wenn jetzt mehr als einer kommt, rennen wir hier auf so einen Blatt. Ja, da muss ich mich allerdings beeilen, weil irgendwie bist du schneller weggeflüchtet. Wo? Na, so darfst du mal oder Hirten auf die Spengel. Ach, da bist du. Oh, da. Ah, aber leider die falsche. Warum? Ist egal, die kennen wir jetzt. Los, drauf da. Und gleich mal von hinten. Dreschen hier. Weh. Hm. Na, komm schon. Ja, ja. Komm. Die ist doch gleich tot. Die ist gleich drin. Sehr schön. Wenn die Sterne hat, draufhauen. Die hat keine Sterne mehr. Weggestirnt. Ah, hier oben zum Beispiel. Können wir da noch auf? Einen Moment, ich muss mich erst drehen. Ich sehe nichts. Okay. Da kommt hier. Da kommt die erste. Wo? Wie, wo? Ach, da. Nein. Und die zweite. Oh, ich bin weg. Tschüss. No. Schmutz. Ja. Komm schon, Piet, hoch mit dir. So. Wir haben hier ein kleines Problem. Bier. Was? Bier spinn. Bier spinn? Wirst du? Bier spinn. Ach, vier. Ich habe die ganze Zeit Bier verstanden. Ja, das hätte ich jetzt auch gerne. Ja, nee, 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 nee. Da tut die Not. In den Hintern. Okay. Okay, für den oben muss ich U drücken. So. Und jetzt bist du dran. Bist du nicht? Wieso nicht? Und. Wieso? Das läuft ja noch besser als gedacht hier. Ja, das habe ich auch gesehen. Oh, das ist noch eine. Ach, komm, die nehmen wir beide. Wieder einen. Komm. So, die haben wir. Auf geht's. Ah, läuft doch. Ohne ich den Hintern verhauen hier. Guck. Oh, noch eine. Egal. Die packen wir. Oh, oh. An den Herrn blocken. Ah, ich bin fast tot. Komm schon. Nö, nee. So, auch erledigt. Uff. Okay. So, dann mal schnell was essen. Uff. Und. Ja, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ah, nee, brauche ich ja gar nicht. Nö, ist noch okay. So, den Verband. Habe ich dann noch einen? Nein. Hast du noch Verbände? Zufällig? Ja, ein. Na, sehr gut. Weil ich habe mindestens zweimal nicht auf die aufgepasst und dementsprechend kassiert. Ah, nee, kann nämlich den nächsten. Na, komm. Achso, ja, vielleicht sollte ich den Verband auch noch nehmen. Das wäre, boah, das wäre super geschickt. Schade, dass ich mein Soundpad nicht anhaben habe. Wenn wir auf den Stein gehen und Pfeil und Bogen benutzen. Ich weiß gar nicht, wie viel Pfeil ich noch dabei habe. Oh, diese Vorbereitung. Ja, politisch schön. Immer schön. Ich habe nichts abgekriegt. Nein. Oder ich komme da jetzt nicht durch. Ja, ja, ich sprotzt da mal rum. Das ist doch nicht durchkommen. Was? Oh. Ich helfe dir gleich. Kleinen Moment. Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Ich war fast vor. Und? Wo hast du mich in die Nähe geschlagen? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Hä? Nicht, dass ich wüsste. Ja gut, okay. Du bist in die Pfütze reingegangen. Vielleicht deswegen. Aber die war hier schon weg. Bei dir war sie schon weg. Also bei mir war sie noch da. Ne, also lange sie blubbert. Das ist eigentlich nur giftig. Ja, ja. Sie hat ja noch geblubbert. Bin ich mir auch nicht. Unfassbar sicher. Allerdings, wie sieht denn deine Gesundheit aus momentan? Ne, ja, nicht so sauber. Nicht wirklich gut, ne. Ja, wurscht. Liebe alle Themen. So einen haben wir auf jeden Fall schon mal. Der zweite muss auch hier irgendwo sein, oder? Ja, eigentlich waren die immer zwei. Genau. Auch nicht zu weit nach da hinten, weil Mücke. Ja, ja, ja. Ja, es läuft einfach zu gut. Der Spiel hat Angst vor uns und hat uns einen weggenommen. Auf jeden Fall. Das ist ja... So, wir hatten jetzt neun, dann hattest du... Ne, 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 ne. Hier haben wir jetzt, äh, 10, 11, 12. 12, okay. Und 16 bräuchten wir eigentlich. Hm. Eigentlich bräuchten wir 16. Wir wollten ja zwei Tropfenfänger aufbauen mit jeweils 5. Und zwei Äxte bauen. Dann würde ich sagen, machen wir zwei Äxte und einen Tropfenfänger. Kommen wir damit hin? Denk an das Türke-Stell. Achso. Wir brauchen erstmal einen Dürstel und einen Tau-Sammler. Okay, für die Nahrung ist das schon mal nicht schlecht. Ja, definitiv. So wie du frisst. Was? Auf jeden Fall hätte ich erstmal wieder zurück, würde ich sagen, ja. Oder... Ne, das wird wahrscheinlich nichts. Sie sind wahrscheinlich noch nicht wieder neu da. Das war auf die andere Stelle nochmal springen, sozusagen. Ich bin rausgeflogen, ich dachte, dass das Spiel beendet. Was? Nein. Ich habe nichts beendet. Ja, bitte. Was? Ja. Du kommst wieder rein. Ich bin schon bei. Okay. Na, ob der Loot ist noch da? Ja, der speichert relativ häufig. Na. Hoffentlich. Ja. Wäre jetzt schlimm, wenn nicht. Das ist richtig. Wo kommst du? Aha. Na, ich war gerade bei den Steinen dann noch, wo wir die Spinde gekillt haben. Ach, da hinten bist du noch? Na gut, ich laufe schon mal vor. Ja, ich habe mich wieder rausgeschmissen. Du willst. Mehr Spieler beitreten. Okay, jetzt hat man 2 von 4. Wird? Ah. Interessant. So, ja. Hat Xbox-Netzwerk heute wieder ein Problem, wa? Wahrscheinlich. Ja, jetzt geht's. Ah. Worte, du bist wieder da. Ja. So, dann fange ich doch schon mal an, die Insektenachs zu bauen. Denn für einmal habe ich ja dabei die Insektenachs. Die sah doch letztens anders aus. Haben sie die geändert? Ah, nee, das ist der Hammer. Entschuldigung. Insektenachs, jawohl. So sieht sie auch aus. Alles klar. Und habe ich auch alles. Okay. Oh, ich kann die noch mal bauen. Habe ich den vorhin aufgenommen? Ah, nee, wir wollten doch. Genau. Nein. Das wollten wir so nicht machen. Erstmal nur eine bauen. Genau. Komplett. Ja. Okay, dann... Habe ich davon nicht mehr genug dabei? Das heißt, sie sind in der Kiste. Okay. So. Genau. Und mit der Insektenachs kannst du aber schon mal Stängel hauen. Die brauchen wir ja auch für die Dürrgestelle und so. Genau. So war die Idee. Dann werde ich jetzt mal hier... Achso. Ah, grobe Seil habe ich jetzt... Naja, Moment. Herstellen. Grobe Seil habe ich gar nicht dabei. Nein, ich habe keine Pflanzfaser. Nochmal an die Kiste. Und da haben wir auch nichts mehr. Ui. Das ist ungeschickt. Du hast nicht zufällig grobe Seil dabei. Nee, ich habe alles in den Kästen gepackt. Alles klar, dann haben wir das verbraucht. Pflanzfaser hatte dann keine... Gut. Alles klar, dann gucke ich gleich hier rum und sammle welche mit. Jo, gute Idee. Aber in der Tasche ist noch alles da, ja? Der ganze Loot? Ja. Ja, ja, das ist ja gut. Okay. Dann sei Xbox-Netzwerk verziehen, dass das eben passiert ist. Aber ansonsten kann ja wohl nicht wahr sein. Okay, kommt der auch nach. So, so. Also diese Konsolen basierten internen Netzwerke, die sind irgendwie, weiß ich nicht, scheinbar schlimm. Sind das nicht wirklich konfiguriert, sondern scheiß. Ja, also echt ist... Kann ja wohl nicht sein, ey. Ich denke mal, da brauchen sie eigentlich nichts weiter machen wie an der Dämpfung ein bisschen basteln. Dann funktioniert das auch. Also ist ja kein Hexenwerk. Im Grunde nicht. Jo. Man, uns kann es egal sein. Wir zum Glück über Microsoft-Konto können wir ja kostenlos im Netzwerk spielen. Allerdings gibt es ja andere, die das tatsächlich dann auch bezahlen müssen. So leid es uns auch tut, ne? Ja, so dementsprechend schade. Und deswegen finde ich, sollten Sie das dringend korrigieren. Wo laufe ich hier eigentlich die ganze Zeit dusselig rum? Oh, du fragst mich nicht. Das habe ich schon lange aufgeben. Hahaha. Ach komm. So schlimm ist es doch gar nicht. So schlimm ist es doch auch gar nicht. Und nein, nicht da. Da. Gut, da kann ich auch genügend herstellen. So, ich habe jetzt vier und drei Lächer. So, 35, 36. Wie habe ich jetzt? Mal gucken. Inventar. 10, 11 habe ich jetzt. Warten wir abgesammelt? Hast du überhaupt gesammelt? Nein, grobe Seite schon fertig. Ach so. Ja. Du mal das Endprodukt. So, dann mit E bauen wir das genau. Juhu, Dörgestell. Klasse. Und was hängen wir denn auf? Nix, weil ich habe nichts im Aufhängen. Okay. So, und hier haben wir ein Tropfenfänger. Ui, ja. Quarzit. 8. Über 10 haben wir noch. Das weiß ich. Das war hier. Ja. Ne, wir haben sogar elf. Und so, zwei Dinger hängen. So, nehme ich erstmal alle rüber. Und dann können wir das nämlich schon mal verbauen. Ja. Ach ja, Seidenseil. Fünf Stück brauchen wir. Seidenseil? Ach gut. Ja. Haben wir zufällig welche? Nein, haben wir nicht. Nein. Das heißt, ich kümmere mich jetzt um die Unkrautstängel. Und trinken. Rücken wir mal die Dinger ab. Ach so, Marike. Wenn es gut ist, es ist gleich dunkel, dann können wir schlafen. Da haben wir schon mal vier Seiten sein. Das wäre super. Das wäre super. Unkrautstängel, das war doch das hier, oder? Ist aber erst 16 Uhr. Das ist nicht gut. Ja, kräftiges, nee, kräftiges Unkraut. Gibt doch keine Unkrautstängel, oder? Doch. Echt? Ja. Ach so. Ich bin doch letztens jetzt. Echt? Schon wieder vergessen. Ja, was soll ich sagen? Komm schon. Ich weiß, dass du... Eigentlich hat er eher Durst. Moment. Ich muss unterbrechen. Das dauert hier zu lange, oder? Ich mach mal hier erstmal alles heile. Nee, ich hab noch ein paar Sekunden. Ich bin zuversichtlich. Komm. Wieso dauert das denn so lange hier? Das gibt's doch nicht. Ja, schneller kann ich nicht. Okay. Nee. Dann muss ich jetzt trotzdem erstmal trinken. Und mal gucken. Da ist leider nichts. Oh, ich glaube, das wird eng. Wenn ich nicht schnell was finde, wird es eng. Dann kommt zurück. Wieso hast du was? Ja, ich hab noch was. Ich brauch selber was. Moment. Aber, haha, ich hab doch hier in der Trinkflasche was. Ist zwar schmutziges, aber egal. Nicht verdursten ist eine gute Idee. Dann brauch ich eben was zu essen. So. Okay, meine Ausdauer geht zwar jetzt ja nicht besonders schnell hoch. Und auch nur die Hälfte. Wenn. Und super. Fange ich wieder von Null an. Wann kann ich mit dem Dolch nicht mehr unter Wasser hauen? Ich hab noch keinen Dolch gehabt. Ich kann dir das nicht sagen. Normalerweise kannst du das. okay. Ich hab ein paar Klau-Kutten holen. Im Klau-Kutten nicht. Ich wollte doch... Nee, ich muss jetzt erst mal... Okay, Essen. Haben wir wo? Ja, hier. Im Korb. Im Korb. ok da haben wir schon mal ein fertig das sollte erst mal reichen ja 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 stellt sich auch immer an ich nehme es doch alle gut ok ja dürstig ist doch trotzdem noch ja wo sind die stänge die stänge habe ich noch nicht mitgebracht weil der stänge wieder zugewachsen ist während ich kurz nach trinken geguckt hatte und der dauert mir zu lange dann suche ich mir lieber eine löwenzahn und hat den quatsch haul ab ding da hinten das dauert ewig quatsch nicht rum naja derzeit vielleicht verdurstet so erstmal wieder hoch ja geht natürlich sehr langsam gut dann gucken wir mal im inventar die insekten diese die ist ja schon ganz schön kaputt sogar inzwischen wieder schaden macht die übergeht kann nicht schon kaputt sein ja schon teil ja ein löchlein ist schon drin warum schon muss ich einmal rumlaufen damit das klappt nicht ja wohl nicht okay noch mal warten hallo hallo da oben ja richtig zu einer von uns hätte die ameisenrüstung anziehen sollen ernst sagt dann ernst jetzt wieso guck mich mal bitte an hast du dir nicht gesehen nicht gesehen kann man nichts mehr zu sagen ich habe nicht gesehen wo das ist mir nicht aufgefallen so gesehen wird sich wahrscheinlich haben was bringt jetzt nicht ins wasser die dinge lassen sich so schlecht da rausholen und auch nicht gleich habe ich nicht vorne so im ersten teil haben wir ja schon hier habe ich nur musst du nur ein land das sind hier so genau braucht und mit geheimen daran auf jeden fall muss ich jetzt was trinken ich trinke das ja trink doch trink trink er trinkt nicht er trinkt nicht egal sei es drum jetzt trinken wir quatsch mal ist es gleich nach und seit ja aber wir sind ja trotzdem durstig also von daher wäre schon schlecht wenn ich was besorge so ist immer noch nichts nein da haben wir vielleicht glück was denn ja nicht 33 sein seile team noch nicht zusammen bis zum schlafen die läuse können wir die eigentlich dann auch daran hängen ja alles nahe hab da ok und gras kannst du dann hängen damit zu trocknen und die bären leder ja dass die bären brauchen wir ja erstmal noch die haben wir ja leider noch gar nicht ja aber die können wir jetzt auch verprügeln ich muss mich ja ich bei einem gerade moment du hast du schon dunkel ja ich sehe da brauchen tropfen da ist jetzt nicht den boden verschwinden da ist wieder mal ganz schön knapp gewesen aber das kannst du nicht anders über die sowieso nicht ja der löwenzahn das geht so schön schnell ja aber da kriegst du noch vier fünf stück aus allerdings halte ich mich nicht so lange damit auf dass den nein meine in den petal ist voll ja auch nicht lange ist einfach in kürzerer zeit habe ich eben recht viele recht viel aus nicht du hast dann hat mich nicht ich habe jetzt momentan moment fünf ja und bei anderen hast acht bis zehn ja brauchst du halt ein bisschen länger ja allerdings habe ich einen habe ich hinten liegen lassen müssen weil inventar voll und dementsprechend also sechse bedeutet natürlich auch dass ich mit den sechs letztendlich und dadurch dass es schneller geht eigentlich viel besser dran bin eigentlich schon ja doch weil wie oft habe ich jetzt gekloppt mit der besseren axt drei vier mal meine mehr war es nicht so lagern wir doch mal ein kontakt auf die masse doch um die hast du hier vorne natürlich besser ja und so oft haust du eigentlich wirklich nicht auch so seiten sei brauchen nur noch ja und was meinst du wird nächstes gleich fertig näher so vor jetzt ist es schlafen zeit also eins kriegen wir jetzt noch hin das haue ich jetzt noch mit rein ja den haben wir auf jeden fall dreifel neun so es haben wir wieder vier drinnen die sind morgen früh fertig okay würde sagen die zeit nehmen wir uns das war dann noch irgendwo also warte mal halt brauchen wir auch netzseil sei was heißt das ja jetzt sehe ich es nicht ich habe mich drauf ich habe mich drauf wie heißen das ursprungsprodukt netz seiten netz ja spinnens ach ja spinnens spinnens bin jetzt haben wir ja genug oder müssten wir gut das ist ja schade ja ja ich kann mir doch schon genau das bon punkt muss ich hier noch selbst habe ich ganz vergessen so besser du weißt schon wo wir rausgekommen werden wenn ich doch gestorben wäre ja sehr schön sehr schön gut dann stelle ich den hier mal um hier brauchen wir erst noch fünf seite zwei seiten 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 was sieht würde sagen so erst mal so schon was fertig ist ja was du schon haben wir hast du schon was zu essen genommen okay dann gebe ich dir eins rüber da hängen lassen ja ich habe sie jetzt runter genommen moment oder dass ich liebe sollen aber werfen moment aber nicht verbrauche ich gleich mal dann bräuchte nur noch einen hinfallen lassen das ist ja schön gut gut warum hat nur noch trinken definitiv und nein meine gute achse schon wieder so kaputt hat kann nicht sein doch 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 oder geht das ist ein multiplayer auch schon kaputt möglicherweise ja da komme ich aber wirklich nicht an hatte keine chance beim springen vielleicht ja nein ach so ich war ja da wieder runter ja nee ok erledigt du bist an der dose ja aber das ist nichts ok gut dann gehe ich auch mal ein blatt wie schaut hier aus noch ein bisschen dunstig von der nacht würde ich sagen das denn eine amsel gekriegt dort da oben rum hat er uns gerade ausgelacht ach so du meinst du den rahmen gerade siehst du wir können uns theoretisch eine fehler holen und die analysieren ok weiß ich ich hoffe das eigentlich weil wir ob da oben drauf nee da müssen wir da hin die feld runter wie die fährt uns wasser oder wie ja ich bin ich doch mal los ob man da ja hier unten am stamm sind auch wasser tropfen so habe ich immer sicheres trinken für mich ja sehr schön wo die wetterling die armbländer da der stamm ja der sind so hoch wird da sind jeder groß oder kleine und sieht recht groß aus sagen wir es mal so ob die groß ist weiß ich noch nicht naja ich komme wieso hacken was mit der guten axt ach so nee doch also das kann ich hier auf jeden fall nicht dann im wasser muss ja auch die auch die fehler rauf ach so also das muss man den peter klären ja ja noch was wer greift mich jetzt bitte an ach so eine spinne ist schon wieder weg habe ich denn ja viele kleine viele kleine aber wohin wie habe ich die jetzt aufgenommen oder was ja nur einer dann warst du kleiner will ich jetzt mal gucken ja ich sehe hier keine fehler die oma sind vierteile gewesen sein ja ich habe eins gehabt ja ich habe die klein gehabt es sind viele kleine zerfallen und jetzt habe ich jetzt in der tasche hier hier bei mir hast du wieder ich habe sie das genommen sonst kriegst du sie noch weiter weg also jetzt können wir nämlich auch ein armboss wahrscheinlich bauen okay aber lasst uns jetzt genau rosenblatt da wollte ich das was auf dich zukommt moment gleich bist du tot gleich bist du tot so wieso was kommt dann erst jetzt ist nicht mal guck mal hier ich habe doch ganz woanders hingeguckt cool ja die ist auf dich zugekommen ich muss du hast sie quasi schon geritten sehr gut sehr gut also auf zum analysieren ja welcher weg ist der bessere der auf jeden fall nicht ich gehe mal kurz mal an deine kiste weil da war auch noch was zu analysieren der schlechte um mich herum ich komme hier im prinzip nicht wirklich weg ja das ist schön ich gucke mal kurz wo er ist der ist jetzt immer tiefer so nötig kannst du jetzt herkommen dürfte eigentlich nichts passieren eigentlich noch daneben gibt es doch gar nicht aber die nehme ich auch noch mit zwei zumindest da ist alles analysiert da sieben polen haben wir auch alles haben wir alles aber alles jetzt hast du alles analysiert naja weil es wird zum analysieren sehr gut liegt in der kiste ja hatte ich gehe ich jetzt erstmal zum bürger ja also du nimmst die sachen mit zum analysieren ja ja das wollte ich doch machen weil sonst sieht doch keiner was noch alles daraus kommt ja eigentlich siehst du schon rechts oben ja aber ist ja nicht alles das durchgestellt habe ich oben rechts nicht gesehen nebenbei der warte lasst das drinnen machen kommen kommen die woche ein ein drinnen könnten die noch bei der weg fliegen aber okay wir nicht wegen weiter weg fliegen sondern an der stelle flutscht auch gerne mal was im boden durch festgestellt rück ist raus rück ist raus und dann wollen wir mal schauen hier die fehler mache ich als erstes jahr die spannende neue ideen einfaches bett schützt ja und kreenarmbrust ja ja das wird ja gut das wird es doch wahnsinnig gut an 20 pro wissenschaft haben wir noch dazu gekriegt ja gut ach halt moment 1 haben wir noch der pollen shinobi schnupfen wo ist gut dadurch wirst du unsichtbar ich glaube das war der trank dafür cool dann kommen wir die die wolfspinnen sozusagen unsichtbar zerstören dann haben sie recht okay es ist wie meistens anderen spielen auch die unsichtbar irgendwo aggressiv äußerst bumm bist du wieder sichtbar ach so gab es noch nie ausprobiert hier ja hab ja nicht nicht nötig ja ich würde sagen nämlich dementsprechend ich hoffe es hat gefallen nimmt noch ein abo mit noch nicht habt und beim nächsten mal zeigen wo ich dann die tropfen fänger was da so dran ist und so weiter und ja ansonsten kleinen daumen hoch wäre schön und dann sage ich schon mal ciao bis